Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind ab heute fünf Etappen lang auf dem Rundwanderweg Bliesgau unterwegs. Heute erwandern wir die erste Etappe, diese geht von Bliesgaste bis nach Medelsheim. Wenn ihr wissen wollt, wie die etwa 20 Kilometer lange Tour so ist, dann kommt mit. Das ist ein freundlicher Start, Wildboy. Geil, wie er schaffen muss ich. Ja gut. Ausgehalten, dann hat er zu kommen, was geht es ab? Schaut doch, lieber einfach, ich räume und bin hier ein Paar und ich brauche. Anna hat den Adapter, ich bin hier, 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 ich bin hier. Ich bin hier, 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 ich Wir haben gerade gehört, der Alexander-Turm wird wieder aufgebaut. Wir haben eine große Herausforderung, die wir hier haben. Richtig schöne Ausblicke ins Bliesgau und bei richtig schönem Wetter sogar bis zu den Bogesen. Das war sehr glücklich. Noch etwa zwei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Wir laufen jetzt nur noch durch Metelsheim bis zum Auto. Die Tour hat uns wieder richtig gut gefallen, vor allem die schönen Ausblicke weit ins Bliesgau. Und wenn es richtig schönes Wetter gewesen wäre, hätte man auch bis zu den Burgesen gesehen. Was wir auch prima fanden, war, dass Martin und Andreas wieder dabei waren vom YouTube-Kanal Bierbarer auf WandaTour. Schaut auch bei denen auch mal vorbei. Wir bedanken uns auch wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Klicken richtig genial. Noch etwa zwei Kilometer. Bis zum nächsten Mal.